Innovation spielt in unseren Unternehmen eine ganz große Rolle. Wir sind Technologieführer, Weltmarktführer in profitablen Nischen und damit ist Innovation die Voraussetzung, um auch dieser Führerschaft beizubehalten. Wir investieren sehr viel in Forschung und Entwicklung. Wir investieren in neue Fertigungsverfahren, wie unter anderem Additive Manufacturing, das ist der 3D Metalldruck. Wir investieren in neue Märkte.